Ich möchte als ersten Vortrag einen zu einem wirtschaftlichen Thema. Und wenn man sich fragt, was hat Wirtschaft mit dem Ruck nach rechts zu tun, dann kann man sicherlich sagen, sehr, sehr viel. Um ein kleines Intro zu geben, als Grundwissen Volkswirtschaft gibt es drei volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren, nämlich Boden, Arbeit und Kapital. Die beiden Originären, Boden und Arbeit, Boden gleich Natur und Arbeit gleich der Mensch. Und das Derivative, also von den beiden Ersteren abgeleitete, Kapital. Ich dachte nicht von Marxus, Grundwissen Volkswirtschaft, das kann man überall nachlesen. Und Kapital entsteht, auch historisch betrachtet, nur in der Ausbeutung der beiden Ersteren, also Boden und Arbeit. Dazu kommt, und Kapital braucht, einen zusätzlichen Faktor. Keinen Produktionsfaktor, sondern einen, der schlicht und ergreifend mit dem Wort Macht zu beschreiben ist. Verfügungsgewalt über Boden, Grund und Boden und Menschen. Und da kommt dann die entscheidende Frage. Historisch betrachtet war es immer so, dass Macht und Kapital eng miteinander verbunden sind, untereinander bedingen. Die Frage ist sicherlich, muss das so sein, muss das so bleiben. Der Vortrag von Professor Bontrup hat den Titel, warum sich linke Alternativen in der Wirtschaftspolitik nicht durchsetzen. Und es umschrieben, zunehmende Verordnungen auf der einen Seite, immer mehr Reichtum auf der anderen Seite, pekarisierte Arbeitsverhältnisse, Massenarbeitslosigkeit und Kinderarmut. Und die Linke setzt sich mit ihren alternativen Wirtschaftspolitischen Vorschlägen trotzdem nicht durch, beziehungsweise erreicht die betroffenen Menschen nicht. Wie kommt das? Und den Vortrag dazu von Professor Bontrup, den ich hiermit ganz, ganz herzlich begrüße und mich riesig vorwärts. Ja, zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Und Ihnen auch mal heute zu rufen, gleich zu Beginn, ich bin schon um 5 Uhr aufgestanden, tief im Westen. Ich bin in Bochum und jetzt bin ich hier und wir Ökonomen, wir reden ja immer viel auch von Opportunitätskosten. Die hatte ich dann auch gleich heute Morgen, als ich dann auf der Autobahn bei Essen geblitzt wurde. Ich hoffe aber, dass Sie, nachdem Sie mich gehört haben, sagen, die Opportunitätskosten waren für mich persönlich nicht besonders hoch. Ja, ich habe natürlich hier einen Auftrag, die Quadratur des Kreises zu machen und die geht bekanntlich schlecht. Wie kommt das, dass, ja, bei immer mehr ökonomischen, gesellschaftlichen Verfall, und das gilt ja nicht nur, das gilt ja nicht nur in Deutschland, das gilt für die ganze Welt. Wie kommt das, dass sich linke, wirtschaftspolitische Positionen, ja, nicht Bahn brechen, nicht mehr im Fokus stehen. Ich meine, ich bin da ja ein leitgeprüfter Mensch, weil ich fast seit 40 Jahren bin noch als Student dazu gestoßen, der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik angehöre und seit jetzt etwa knapp 10 Jahren auch einer der beiden Sprecher dieser Gruppe bin. Viele von Ihnen werden die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik kennen, wenn nicht, halte ich das für einen Skandal. Wir machen ja, ja, seit jetzt 40 Jahren, die Gruppe hat sich 75 gegründet. Viele sagen ja, wir geben heute mit dem Memorandum jährlich das Gegenmutachten zum Sachverständigenrat, zu den Fünf Weisen heraus. Wir haben jetzt gerade das letzte Wochenende an dem Memorandum 2017 wieder heftig gearbeitet. Es steht, es muss jetzt nur noch mal Ende Februar entredigiert werden, aber in einer Entredaktionsgruppe in Berlin, sodass wir dann traditionell auch 2017 unser Gegengutachten, das machen wir traditionell immer in der Woche vor dem 1. Mai in Berlin, auf der Bundesklasse Konsequenz dann auch vorstellen werden. Ja, woran liegt es? Man kann das, wenn ich den Matisse mal hier als Maler nähen darf mit ein paar klaren Strichen, kann man das, glaube ich, ganz gut skizzieren. Erstens, es liegt an Angst. Der große Glisseur, Fassbinder, hat ja einen fantastischen Film gemacht in den 70er Jahren, Angst essen Seele auf. Ja, Angst, Angst, das ist Existenzangst von Menschen. Und man haben Menschen Angst, Existenzangst, ja, sie haben dann Angst, wenn sie sich mit ihrer eigenen wahren Arbeitskraft, die jeder von uns hat, am Markt, an den Arbeitsmärkten nicht mehr reproduzieren können. Wenn sie vielleicht noch Arbeit haben, aber auch diese Menschen haben Angst, nämlich ihre Arbeit zu verlieren, und die, die die Arbeit längst verloren haben, ja, die haben noch mehr Angst, überhaupt jemals neue Arbeit zu bekommen. Und der große Soziologe, für mich einer der größten Nachkriegssoziologen, deutsche Nachkriegssoziologen, der ist mal in einem Interview gefragt worden, der legt als Soziologe, wie sehen Sie denn den immanenten kapitalistischen Krisenprozess? Was passiert denn soziologisch da mit einer Gesellschaft? Und er sagt, ne, ja, wenn die Krise da ist, dann gibt es eine erste Phase, eine erste soziologische Phase, die nennt er Adaption, Anpassung. Die Menschen passen sich sozusagen den Krisenverhältnissen an. Und wenn die Krise länger dauert, sagt Neg, dann geht das gesellschaftlich-soziologisch eine zweite Phase über, die nennt Neg, Devote, Devote-Adaption. Die Menschen werden unterwürdig. Und wenn die Krise sich dann womöglich noch mehr verschärft, dann, sagt Neg, tritt die dritte Phase ein. Und wie nennt Neg die dritte Phase? Die nennt er gesellschaftlichen Realitätsverlust. So kann man sicherlich auch das erklären, was das deutsche Volk verbrochen hat, für Nazi-Faschismus, das eben auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 29, 30 bis 33 dass das Volk in der Realitätsverlust lebt. Und das ist natürlich immer eine Gefahr. Und ich will das gar nicht so weit wegschieben, das kann nicht wieder passieren. Nein, das kann ganz schnell wieder passieren. Denn wenn die ökonomischen Verhältnisse, die letztlich die politischen determinieren, nicht umgekehrt. Wenn die immer mehr sich segmentieren und wegbrechen, wenn immer mehr Menschen aus der Bahn geworfen werden, wenn das kapitalistische System sie nicht mehr braucht, wie zurzeit 25 Millionen Menschen, das sind nur die registrierten Arbeitslosen. Die wirkliche Zahl ist ja viel höher. Genau wie bei uns die Zahlen der registrierten Arbeitslosigkeit viel höher sind als die, die da immer ausgewiesen werden. Und man muss ja auch das gesamte Prekariat on top oben aufrechnen. Ich meine Menschen, die zwar Arbeit haben, aber unter prekären Verhältnissen sich jeden Tag zu verwerben haben, die haben mindestens genauso die Kunst wie die, die längst arbeitslos sind. Und was ist das für ein erwerbliches, ökonomisch-politisches System, das offensichtlich nicht in der Lage ist, allen Menschen, die arbeiten wollen, auch eine Chance zu geben, sich selbst zu verwerten und nicht auf eine staatliche Alimentierung, auf eine staatliche Alimentierung von Dritten angewiesen zu sein. Es gibt ja die große Dame des französischen Journalismus, das Vivian Forrester, die ein fantastisches Buch geschrieben hat, mehrere Bücher geschrieben hat, aber das schätze ich besonders, Terror der Ökonomie, wo sie über Scham- und Schmachgefühle spricht von Arbeitslosen, ja, wo die Gesellschaft es eben nicht mehr zulässt, dass sie ohne Alimentierung durchs Leben gehen zu müssen. Das ist ja beschämend für jeden Menschen, angewiesen zu sein auf Dritte, auf staatliche Alimentierung, ohne eine eigene Reproduktionsbasis durch Arbeit sich zu schaffen. Das führt zu Scham- und Schmachgefühle bei Menschen. Sie wenden sich dann natürlich ab, sagt sie zu Recht. Sie wenden sich ab. Man findet sich auch nicht auf Demonstrationen. Der Professor Bontrup, der ist in der ersten Reihe als Beamter, wo ich gar nicht sein müsste, aufgrund meiner gesellschaftlichen Absicherung, und der demonstriert gegen Hartz IV und gegen die Agenda 2010, aber die davon betroffen sind, die sieht man da nicht. Die wenden sich ab aus Scham und Schmach. Das ist der Hintergrund. Ein bisschen sehr pauschal. Ja, das mag sein. Wenn wir uns aber mal die ökonomischen Fakten anschauen, dann wird wahrscheinlich am Ende Marx recht behalten, der schon vorhergesagt hat, dass das kapitalistische System aufgrund der immanenten Gesetzmäßigkeit nicht in der Lage sein wird, eine stabile Profitfunktion oder Profitrate, wie wir ökonomischen sagen, sicherzustellen. Das ganze kapitalistische System ist ein tief widersprüchliches System. Das hat übrigens schon Adam Smith, der weistliche Vater, der am marktwirtschaftlich-kapitalistischen Ordner beschrieben, der mal den wunderbaren Satz gesagt hat, was die einen bekommen, das können die anderen leider nicht mehr haben. Das ist der Widerspruch. Der ökonomische Widerspruch, den Marx dann ja verendet hat mit seiner Mehrwerttheorie, mit seinem tendenziellen Fall, der Profitrate. Wenn die entscheidende Indikation in einer kapitalistischen Ordnung, das ist die Profitrate, wenn die nicht mehr stabilisierbar ist, dann ist natürlich das System insgesamt bedroht und das lassen die Kapitalisten natürlich nicht zu, dass ihr System, von dem sie ausschließlich profitieren, dass dieses System bedroht ist. Man muss sich da dann ökonomisch die Bestimmungsgrößen der Profitrate anschauen. Profitrate ist ja zunächst mal ein Quotient, wo im Nenner die Arbeitsproduktivität steht und im Zähler, Entschuldigung, die Arbeitsproduktivität steht und im Nenner die Kapitalintensität. Wenn dieser Quotient die Wachstumsraten aus Arbeitsproduktivität und Kapitalintensität, wenn die sinken, ja dann sinkt auch die Profitrate. Oder anders formuliert, wenn das Kapital immer mehr Kapital einsetzen muss, um eine Einheit, eine zusätzliche Einheit Arbeitsproduktivität zu generieren, dann habe ich natürlich im Nenner, bei der Kapitalintensität, die nichts anderes ist, als das Faktorverhältnis von menschlicher, wahrer Arbeitskraft und Maschinen und Gebäuden, dann habe ich natürlich hier eine permanente Substitution vorliegen. Das heißt, Arbeit wird durch Maschinen, um es einfach auszudrücken, immer mehr ersetzt. Und das verursacht dann natürlich Massenarbeitslosigkeit, die wir in diesem Land seit 40 Jahren haben. Wo ich manchmal den Eindruck habe, einige denken das erst heute. Und diese Relation innerhalb der Profitrate, dieser Quotient, der ist aus dem Fugen gelaufen bis heute, weil es dem Kapital immer schwerer fällt, die Arbeitsproduktivität zu steigern. Und das ist letztlich die Verteilung. Und da muss ich auch die Verteilung stellen, die ist dann auch gestellt worden, Mitte der 70er Jahre bereits, weil, wenn die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität kleiner ist, als die Wachstumsrate der Kapitalintensität und dadurch die Profitrate fällt, dann hat das kapitalistische System nur noch eine Möglichkeit, die Profitrate zu stabilisieren. dann muss, dann muss, dann muss, dann muss die Lohnquote sinken. Setz auf. Und wenn die Lohnquote sinkt, steigt die Profitquote und damit kann ich die Profitrate stabilisieren. Und wir hatten diesen Verfall nach dem Zweiten Weltkrieg, in Deutschland, aber überhaupt in den östlich hochentwickelten Industriestaaten, weil da eine Zeit lang das Kapital, ja, ich will nicht sagen, mit dem Rücken zur Wand stand, aber die Arbeitsmärkte zumindest einigermaßen vollgeschäftigte Wirtschaft zeigten. Dann sind die Gewerkschaften stark, dann kann man auch in der Verteilungsfrage umverteilen, es ist umverteilt worden, die Lohnquoten sind überall gestiegen und damit die Profitquoten gesunken, aber das Kapital konnte damit leben, weil der Quotient aus Arbeitsproduktivität und Kapitalintensität das kompensiert hat, sodass der Druck auf die Profitrate nicht allzu groß wurde. Damit war endgültig Schluss weltweit in der Weltwirtschaftskrise 1974-75. Da hat das Kapital erkannt, jetzt ist der Tag gekommen, wo wir den Hebel umlegen können. Nämlich vor dem Hintergrund aufkommender Massenarbeitslosigkeit, die vorher nicht existiert. Und seitdem, wir nennen das ja alles das neoliberale Neoliberale Paradigma, seitdem, seitdem wird dieses auch weltweit exekutiert. Ökonomie ist nun mal so wie sie ist, vor allem in die kapitalistisch widersprüchliche, sind arbeitsteilige Gesellschaften, die jedes Jahr harte Arbeit zu leisten haben, um Wertschöpfung zu generieren. Mehr haben wir nicht. Diese Wertschöpfung können wir dann verteilen und wir Ökonomen kennen immer nur vier Wertschöpfungsarten, mehr gibt es auch nicht. Das sind zunächst einmal die Arbeitsentgelte der Abhängigen, das sind die Zinsen derjenigen, die ihr Fremdkapital Unternehmen zur Verfügung stellen, das sind die Grundeigentümer, die was vermieten und verpachten können und deshalb aus der Wertschöpfung Mieten und Pachten verlangen, wir nennen es ja zusammengefasst die Grundrente und das ist der Prophet, der Shareholder, der Einkauf mit der Eingebung. Und da stellt sich dann natürlich sofort die Frage in jeder Volkswirtschaft, ja, wer erhält denn jetzt die arbeitsteilig geschaffene Wertschöpfung? Das ist die Verteilungsfrage und das ist die Widerspruchsfrage in einer Gesellschaft und entscheiden, wer was bekommt von diesen vier Wertschöpfungsarten ist ausschließlich immer nur eine Machtfrage. Das beschreibt schon Adam Smith 1776 in seinem Wohlstand der Nationen. Derjenige, der die meiste Macht hat, ja, der bekommt auch von dieser Wertschöpfung, die arbeitsteilig geschaffen wird, von allem, der bekommt von diesem Kuchen auch am meisten Abfug. Völlig klar. Und wenn ich hier ein Instrument schaffe, um diejenigen, die abhängig sind, weil sie nichts anderes haben als ihre wahre Arbeitskraft, die sie tagtäglich verkaufen müssen, wenn ich die durch Massenarbeitslosigkeit zu Ohnmächtigen mache, ja, dann weiß ich, wie ökonomisch der Begrund aussieht. Dann geht das meiste auch des Zuwachses der Wertschöpfung auf die Besitzeinkünfte, auf die Kapitaleinkünfte, auf die Arbeitsloseneinkünfte, nämlich auf Zinsen, Mieten und Pachten und Gewinne. Die drei, die müssen gar nicht mehr selbst arbeiten und werden jeden Tag reicher. Die können jeden Tag morgens im Bett liegen bleiben und abends sind sie reicher geworden. Das können nur die nicht, die abhängig sind, die Arbeitsengelte beziehen aus ihrer abhängigen Beschäftigung und angewiesen sind auf einen Unternehmer, der sie nachfragt. Und wenn sie keinen Unternehmer finden, der sie nachfragt, sind sie ökonomisch völlig wertlose Menschen. Denn sie können sich nur verwerben, indem sie nachgefragt werden. Das ist der Zusammenhang. Und wenn das aus den Fugen gerät, wenn diese Befriedungsfunktion wegfällt, weil die Macht zu stark asymmetrisch wird, dann ist Gesellschaft als Ganzes betrifft. Dann verfällt Gesellschaft, dann bekommen wir alle die Befunde, die wir in der Polemik, in der tagtäglichen erleben. Dann gibt es Wildwuchs, dann stehen abstruse, alternative Vorstellungen, worüber man immer nur Wörfuchs Kuckucksheim schreiben kann, die am Ende aber nur die stützen, die die Macht haben, die die Herrschaft ausüben über die Massen. Wenn Oxfam feststellt, acht Menschen auf dieser Erde, acht, im letzten Jahr waren es noch 1962, man hat das berichtigt, es sind nur acht, an erster Stelle steht nach wie vor Bill Gates, wir kennen ja die acht, wir kennen noch die 62, davon übrigens neun Frauen, ja, wenn die so viel an Vermögen haben, wie 3,6 Milliarden Menschen zusammen, wie die Hälfte der Menschheit auf dieser Erde, da muss man eigentlich doch zu dem Befund kommen, auf dieser Erde stimmt gar nichts mehr. Und Sie können das ja auch runterbrechen, jede Volkswirtschaft, auch auf die Deutsche, 10% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, ja, denen gehören 60% von ganz Deutschland, 20% liegen bei etwa 84%, dann stimmt hier was nicht. Weil, weil natürlich dann genau das zu einem Problem wird, was ich ökonomisch eben abgeleitet habe, dass der Mensch, dass die Massen abhängig sind von ihrem Arbeitsvermögen, weil sie nicht mehr haben. Sie haben nichts anderes. Und keiner hat das besser beschrieben, in aller Genese als Karl Marx und Friedrich Engels wollen wir hier nicht vergessen. Ja, aber das will ja keiner hören. Das ist ja das politische Problem. Und es ist auch fürchterlich naiv, ökonomisch fürchterlich naiv, zu glauben, dass parlamentarische Politik noch was zu sagen hat. Das Sagen auf der Welt haben ein paar wenige Finanzoligarchen, weil die Herrschaft längst auf die Finanzmärkte, auf die Plutokraten, auf die Geldmächtigen übergegangen ist. Die diktieren, übrigens weltweit, wie diese Wertschöpfung zu verteilen ist. dieser ewige Kleinkrieg, den übrigens auch Karl Marx schon beschrieben hat, den wunderbaren Satz, ein Kapitalist schlägt viele andere tot, über das Konkurrenzverhältnis, ja, das ist für die Massen nur eine Mystifikation, mehr nicht. Und lenkt wunderbar, wir haben ja so einen harten Wettbewerb. Ja, den haben wir, aber die da oben angekommen sind, die diktieren diesen Wettbewerb. Und die sagen auch vorab, bevor das Spiel angepfiffen wird, wer das Spiel gewinnt, nämlich sie und kein anderer. Ich glaube, kein Wort wird häufiger am Tag in den Mund genommen, weltweit, wie Wettbewerbsfähigkeit und Konkurrenz, egal wo, an Hochschulen, in der Politik, in den Unternehmen. Ja, das ist ja da. Aber man muss dann fragen, mit welcher Konklusio ist es denn da, dieses Verhältnis? Ja, das Konklusio, Konklusio heißt, es sind immer am Ende nur ein paar ganz wenige, die die Sieger sind. Und unten findet natürlich immer mehr Vernichtung statt. Das ist klar, seit der Wiedervereinigung alleine hat es in Deutschland 650.000 Insolvenzen gegeben. Das sind dann die Opfer. Das sind die Verlierer. die nicht mithalten konnten. Und die Sieger, ja, die Sieger sind dadurch reicher geworden. Wenn man nach Alternativen fragt, dann wird ja häufig Sir John Maynard Maynard Keynes bemüht, auch auf der Linken. Ja, da muss ich aber leider sagen, Keynes wollte auch nur den Kapitalismus retten, ihn nicht abschaffen. Er war ja vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise 29 ein tief liberaler Mensch, ein erschrocken entsetzt war, vor dem Hintergrund seiner empirischen Analyse der Weltwirtschaftskrise, wie systemimmanent, krisenhaft dieses System ist. Seinerzeit war weltweit an den Universitäten, bei den Ökonomen, ja, das Liberale, der Staat, der Nachtwächterstaat, um hier nochmal zu zitieren, war in aller Munde, der Staat hat sich rauszuhalten aus der Wirtschaft, die Märkte regeln das selbst, und wenn die Krise da ist, die natürlich kapitalistisch immanent ist, dann hat sich der Staat eben dieser Krise anzupassen, Wachstum bricht weg, Steuereinnahmen gehen zurück, da muss der Staat sich auch bescheiden, da muss seine Staatsausgaben reduzieren. Das war die Lehre weltweit, die übrigens heute unser Finanzminister unter anderem Schäuble massiv vertritt mit seiner schwarzen Neu. Und Keynes, der so ausgebildet war, sein Lehrer war ja Alfred Marshall, einer der Gründer der Neoklassik, erkannte, dass die Lehrbücher ja überhaupt nicht stimmen. Alle Welt verhielt sich so, wegen MyNamer Policy, also Potitionismus, was Trump da jetzt auf dem Schirm hat oder Brexit wie Britain, funktionierte nicht, sondern die Krise verschlimmerte sich, immer mehr Arbeitslose, immer weniger Wachstum, immer weniger Steuereinnahmen und sie gaben immer weniger Haus auf der Staatsausgabenseite. Weltkrieg. Wo diese, heute nennen wir es ja Austriitätspolitik, wo die dann geendet ist, wissen wir doch alle. Am Ende wurden 50 Millionen tote Menschen beklagt. Von den anderen Trausamkeiten war gar nicht erst zu reden. Jetzt will ich nicht sagen, wir stehen vor dem nächsten Dritten Weltkrieg, wenn wir so weitermachen, aber lassen Sie uns doch das mal nüchtern analysieren. Was machen wir denn? Wir machen ja nicht mal mehr einen Bastard-Cainsianismus. Also Keynes hätte sich immer dagegen verwehrt, nur diese Hydraulik zu machen, dieses Antizyklische. Ja, das ist kurzfristig notwendig, hat er diesen wunderbaren Satz auch gesagt, in the long run we are all dead, in unserem Landkreis sind wir alle tot, dass kurzfristig das schon nötig ist, dieses Antizyklische. Das kann man ganz einfach erklären, in der Krise fällt private Nachfrage aus. Punkt. Die Konsumenten konsumieren weniger, und die Unternehmen investieren nicht mehr. Punkt. Also fallen zwei bei einem großen, größten Nachfrageaggregat in die Fallen aus. So, dann gibt es weniger Arbeit, die Unternehmen verhalten sich völlig rational, schmeißen die Leute raus. Ja, natürlich, haben wir ja keine andere Möglichkeit, ist betriebswirtschaftlich völlig rational, dass sie das machen, weil sie vom Untergang bedroht. und die, die bleiben dürfen, den Kürz von das Geld sein kommen. Und die Gewerkschaften geben den Segen dazu. So, damit wird aber die Krise verschärft. Das hat der Keynes erkannt. Und wenn jetzt der Staat auch noch Nachfrage aus dem System rausnimmt, indem er weniger Staatsaufträge vergibt, dann gehen wir alle ins gelobte Land der Vollbeschäftigung oder wie. dann könnte ich genauso gut sagen, morgen erzähle ich euch, ja, da ist eine Scheibe, aber das nehmt ihr mir nicht ab. Aber das andere glaubt man, das ist der Skandal. Das ist die politische und gesellschaftliche totale Verblödung. Das ist Volksverdung. In Vollendung. Das ist ja nicht mal erstes Semester. Nicht mal erstes Semester. Das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Und das war ja eben auch dann die Erkenntnis, Keynes hat das ja die einzelwirtschaftliche Rationalitätsfalle genannt, die kapitalistisch immanent ist. Was meinte er damit? Ja, einzelwirtschaftlich verhalten sich die privaten Haushalte völlig rational, weil sie Angst haben und geben weniger aus, sie sparen. Die Unternehmen verhalten sich völlig rational, die hören ganz einfach beim Investieren auf. Das ist rational. Es ist völlig rational, dass sie die Menschen entlassen und rauschmeißen. Und die, wie ich sagte, bleiben dürfen, noch bleiben dürfen, den kürzen an das Arbeitseinkommen. Das ist völlig rational. Nur wenn es alle machen, sagt Keynes, dann bin ich tief erschrocken, weil sie dann nämlich alle, wie die Lemminge in den Abgrund laufen. Das war's dann, Exitus. Und da ist ihm ja, weil er den Kapitalismus retten wollte, und kein Antikapitalist war, sondern Kapitalist war in seinem Denken, da ist ihm dann nur der Staat eingefallen. Der muss sich eben dann antizyklisch verhalten, der muss die ausfallende private Nachfrage durch staatliche Nachfrage auf Pump, auf Kredit ersetzen, weil er traute den Politiker nie, dass er bevor die ein Gesetz gemacht haben, das wir Steuergesetz nennen, da sind wir alle tot. Es ist sofort zu handeln. Und Steuersenkungen, das wäre ja auch ein Instrument, um Nachfrage anzureizen. Das ist aber nur die zweitbeste Lösung, die kann man ökonomisch ganz einfach erklären. Wenn ich den privaten Unternehmern die Steuersenken in der Hoffnung, dass dadurch ein Anreiz geschieht, dass sie dann wieder mehr konsumieren und mehr investieren, was sie vielleicht sogar tun, dann geht aber ein Teil dieser Steuersenkung in die Ersparnis. Während die Staatsausgabe auf Kredit 100% nachfragewirksam wird, das ist der Unterschied. Steuersenkung zu Staatsausgabensenkung. Das ist der Multiplikator, auch den kennen wir seit Kehens. Wenn ich heute Politiker frage, wenn die bei mir eine Klausur schreiben müssen, ich schade den liegenden neuen davor aus, ja, denen fehlen diese Grundlagen. Ich empfehle schlicht und ergreifend diese Grundlagen, dass man sie verehrt, ich habe sie zu oft erlebt, auch in Anhörungen im Bundestag und in Landtagen vor 14 Tagen noch bei der Anhörung in Nordrhein-Westfalen in meinem Bundesland, wo man jetzt auch die Schuldenbremse in die NRW-Verfassung schreiben wollte, das ist aber da gescheitert, Gott sei Dank, man schreibt es aber leider in die Landeshaushaltsordnung, wo sie dann auch großen Schaden anrichtet. Das ist aber Bastard-Kinternismus. Ja, das hilft vielleicht kurzfristig um Zyklen, Konjunkturzyklen zu glätten, um die schlingste Abschwünge zu verhindern, um Krisen nicht im Trend verstärken zu lassen. Das hebt doch dabei nicht den Widerspruch auf. Das hebt doch nicht das grundsätzliche immanente ordnungstheoretische Problem des Kapitalismus auf. Nein, gut ist nicht. Da ist ganz anderes notwendig. was auf den Punkt bringt, von dem Hintergrund meiner ökonomischen Ableitung, ja, dann müssen wir das Ausbeutungsverhältnis abschaffen. Da müssen wir abschaffen, dass die einen Arbeitsentgelt bekommen und die anderen den Mehrwert. Ja, sonst ist die Krise immer wieder da und sie wird immer wieder kommen. Ob wir das auch mehr globalisieren, jetzt nationalisieren, ja, das kann man alles machen, aber das hebt ja den Grundwiderspruch nicht auf. Es kanalisiert ihn vielleicht, genau wie Wachstumsphasen diesen Widerspruch über Tünchen, ihn befrieden. In dem Moment, das zeigt sich in jeder Tarifverhandlung der Gewerkschaften, in der juristischen, wie man so schön sagt, in der juristischen Nanosekunde, wo der Unternehmerverband und die Gewerkschaften den Tarifvertrag unterschreiben, in dieser Nanosekunde ist die Befriedung da. Und die Aufhebung, die Auflösung sozusagen, im Kompromiss dieses Widerspruches. Aber den Widerspruch an sich kann er nicht aufheben, weil die Tinte ist noch nicht trocken, da ist der Widerspruch schon wieder da. Da geht der Kleinkrieg zwischen Kapital und Arbeit bedingungslos weiter. Und da muss man sich dann die Frage stellen, ja, wollen wir denn mit so einer Ordnung weiterleben weltweit, wenn sie Schlimmstes erwarten lässt, bis zu Kriegen. Und die Kriege, die zurzeit geführt werden oder alle Kriege, die nach dem bitteren Zweiten Weltkrieg weltweit geführt wurden, die haben in Summe ja schon mehr Tote uns geschaffen als der Zweite Weltkrieg. Kriege haben wir nie aufgehört. Es sind Rohstoffkriege, es sind Verteilungskriege, letztlich sind es alles Verteilungskriege. Und wie stark auch hier die Macht weltwirtschaftlich greift, das sehen wir darin, dass alle Welt sich aufregt national, wenn irgendwelche Kartellbildungen stattfinden, wenn sich da Düsseldorf mit was, was sich ins Bett liegt und Schienen, Schienen, Strenge, Stahl im Preis abspricht. Das OPEC-Kartell, der Öl exportierenden Länder, das ist das schlimmste Kartell. Richte sich da einer drüber auf? Das sind Nationen, die das machen. Länder. Wenn ich da was gegen habe, die zerschlagen will, dann muss ich denen den Krieg erklären. Das ist ein Krupp, kann man mit Bußgeld belegen. 300 Millionen erwischt. Pech gehabt. Aber dieses OPEC-Kartell spricht den wichtigsten Rohstoff, den die Menschheit hat. Das schwarze Gold. Das Öl. Den Preis sprechen die ab. Die kommen zusammen, wunderbares Hotel, vom Feinsten, und da sagen sie Finger rauf, runter, wie sie es gerade haben wollen. Da riecht sich keiner drüber auf. Aber der Ölpreis, der bestimmt unser alter Leben, so wie wir gerade auch im Raum sitzen. Was meinen Sie, wo, wenn der mal wieder hochsteht, ist er zur Zeit etwa bei 50 US-Dollar pro Bäre, wenn der mal wieder auf 100, 140 hochgeht. Wissen Sie, was das verteilungspolitisch bedeutet, Realiter für die Welt? Was da umverteilt wird an Geld, von den Entwicklungsländern wollen wir jetzt gar nicht reden, die brauchen auch Öl oder haben keins. Welche gigantischen Umverteilungsströme damit verbunden sind? Wie sieht denn eine Alternative aus? Also löst die Quadratur des Kreises nicht auf. Kann ich nicht. Von der Politik, von der parlamentarischen Politik, wenden die Menschen sich ja auch ab. Die größte Partei ist ja die Partei der Nichtwähler, nicht nur für Deutschland. Und natürlich auch diese rechtsradikale Entwicklung weltweit, gilt nicht nur für Deutschland, dieses nationalistische, dieses Abschotten, gilt auch weltweit, zieht sich in sein Schneckenhaus zurück und sucht da sein Heil, wird man natürlich nicht finden. Ist klar, Ostbritannien wird in 20 Jahren eine Edensökonomie sein, zum Stand von Griechenland heute. Griechenland hat man, ja, Entschuldigung, wir Deutsche haben das gemacht, Griechische, wir haben die Verantwortung in der EU, Frau Merkel, ist nun mal Kanzlerin gewesen in der Zeit, aber die SPD genauso, die Regierung, Griechenland ist zu einer Edensökonomie gemacht worden, natürlich, davon erholen sich die Griechen die nächsten 50 Jahre nicht. Dieses Abschotten in das Nationale, was dann auch politisch mit dem Rechtsrutsch verbunden ist. So, in der Krise wählt die Arbeiterklasse, das war schon immer so, nicht links, sondern rechts. AfD wird gespeist, 80% Arbeiter, Unterschicht. Ja, das kann man auch ganz einfach erklären. Wie ich zu Beginn meines Referates sagte, ist der entscheidende Faktor Angst. Und die Menschen haben Angst, dass weniger, was sie vielleicht noch haben, auch noch zu verdienen. Da ist natürlich der Flüchtling, das was von außen kommt, eine Bedrohung. Die da oben sind, die reich sind, und der Maschmeyer, der holt sich vier Flüchtlinge in seine Bilder und macht da ein bunter Story raus, wie sozial er doch ist. Ja, der hat auch keine Angst vor dem Flüchtling, weil er ist so reich, der muss auch keine Angst haben. Das erklärt das, ganz einfach, ganz einfach. Und die Menschen, es ist leider so, ich bin kein Soziologe, die können das sicherlich besser erklären, wir sind ein paar Soziologe unter uns, aber der Mensch guckt in der Krise, so viel weiß ich davon auch als Ökonom, nicht nach oben, leider, das was ihn bedroht und zerstört, sondern er guckt nach unten, weil er da in erster Linie die Bedrohung sieht. Weil er Angst hat, dass das da drunter ihn angreift und ihm das nimmt, was er eigentlich schon längst gar nicht hat. Mangelndes Klassenbewusstsein nennt man das, oder würde ich das nennen? Ja, du bist ein ganz schlauer. Dies führt natürlich dazu, in der Schlussfolgerung, dass sich die Gesellschaft auflösen, vornehm ausgedrückt, wissenschaftlich ausgedrückt segmentieren, immer mehr segmentieren, den Arm und Reich, Deutschland ist in Summe eines der reichsten Länder der Erde und wir haben eine Armutsquote, wird ja jetzt auch im Armuts- und Reichtumsbericht, da streit man in ein paar Formulierungen, ist man da ja noch am Kämpfen, was da jetzt genau drin stehen soll, aber da werden 16% stehen, Armutsquote in Deutschland, einem der reichsten Länder in der Erde, jedes fünfte Kind wächst bei uns in Arm und auf. Suppenküchen, in fast allen Städten, Armutsspeisung, die haben sich schon zum Verband zusammengeschlossen, Tafel e.V. und haben eine Fete gefeiert, die tausendste Tafel eröffnet. Ja, Sie lachen, aber das ist traurig, ja, das zeigt, das zeigt, dass ich, das ist ja das Schlimme und das geiseln wir auch ja seit 40 Jahren Arbeitsgruppe alternde über Wirtschaftspolitik, dass die Menschen nur in Symptomen denken können und dass sie leider nicht kausal denken können, in Ursache- und Wirkungsverhältnissen. Auch der Mindestlohn ist nur ein symptomhaftes Bekämpfen von Arbeitszündigkeit. Wenn ich eine Vollbeschäftigung hätte, dann brauchte ich nicht eine Nanosekunde über einen gesetzlichen Mindestlohn überhaupt nachzudenken. Der wäre so überflüssig, wie sagt man hier im Bayern wie ein Kropf. Warum hat es denn diese Debatte in den 60er Jahren über diesen Mindestlohn nicht gegeben, als wir mal 14, 15 Jahre Vollbeschäftigung haben? Ja, weil wir Vollbeschäftigung haben, hat es die Diskussion nicht gegeben. Da hat auch keine Überleiharbeit gesprochen. Da existiert das Wort gar nicht. Das existiert nur dann, wenn die Arbeitsmärkte im Ungleichgewicht sind. Wenn Massen Arbeitslosigkeit vorliegen. Dann muss so was gemacht werden, damit die Gesellschaft nicht völlig zusammenricht und aus dem Ruhner läuft. Den größten Nationalismus, wenn wir das mal ökonomisch betrachten, den zeigen wir der Deutsche übrigens. Da muss ich nicht erst nach Frankreich schieben. Da mag der politische Nationalismus, ja, mit Le Pen wohl am meisten ausgeprägt sein. Aber wir in Deutschland, wir haben den größten ökonomischen Nationalismus. Das erklärt sich ganz einfach aus unseren gigantischen Exportüberschüssen. Kein anderes Land in der EU oder weltweit, wir sind ja wieder Exportweltmeister geworden im letzten Jahr, hat so einen Exportüberschuss wie wir. Auch Kita nicht? Nein. Und wir erlauben es uns mittlerweile 7, 8 Prozent, das ist ja relativiert, des sogenannten Bruttoinlandsproduktes aus der gesamten wirtschaftlichen Leistung einen Exportüberschuss zu generieren. In jedem Lehrbuch steht dieser Saal dort um Null zu sein. Punkt, Diskussion beendet. Wir liegen bei 8 Prozent. Und als Größte, kommt ja dann auch erschwerend hinzu, ich meine, die Rolländer haben auch einen leichten Überschuss, aber das liegt auch da, weil sie Rotterdam haben, weil das Öl über Rotterdam verschifft wird, Aufwand, die Leute haben auch einen leichten Exportüberschuss, aber das sind Volkswirtschaften, die kann man natürlich nicht mit der Volkswirtschaft Deutschlands vergleichen. Bei der Größe. Nehmen Sie die EU28, nehmen Sie Deutschland raus, dann haben wir die EU27, dann schauen Sie in die Leistungsbilanzen, die der EU27 kumuliert in Summe, dann finden wir wunderbar das Lehrbuch dort wieder, das steht nämlich fast eine Null. Steht eine Null. Super. Dann haben wir bei den anderen einen Riesen, Riesen-Importüberschüsse, weil sonst könnten wir die Exportüberschüsse nicht haben. Und ich habe mal gelernt, als Ökonom, Länder, die mehr importieren als exportieren, die leben über ihre Verhältnisse und werden davon irgendwann eingeholt und auch ökonomisch richtig hart bestraft. Und die Länder, die mehr exportieren als importieren, die leben unter ihren Verhältnissen, so wie wir. weil sonst könnten wir ja nicht exportieren. Wir produzieren ja mehr pro Jahr, als wir selbst konsumieren. Das treibt aber die anderen leider in die Verschuldung, weil man kann Importgüter nur bezahlen mit Exportgütern. Das ist natürlich ein Problem von Griechenland. Die haben ja chronische Importüberschüsse. alle Griechen wollen Autofahren, produzieren aber selbst keins. Das heißt, sie müssen alle Autos importieren. Die können sie nur bezahlen mit ihren Oliven. Da müssen verdammt viele Oliven produzieren, um die Autos zu bezahlen. Ja, wenn man dann die EU aber so baut, wie sie gebaut worden ist und nicht bereit ist in dieser EU Solidarität zu üben. Auch in der Krise. Ja, dann ist das Gebäude, das man da EU nennt, natürlich hochgradig bedroht. Politisch und ökonomisch. Beides. Klar haben die Griechen den Euro genutzt, um sich zu verschulden. Vor der Verschuldung mussten sie 5, 7, 8 Prozent teilweise Zinsen zahlen für ihre Kredite. Kreditwürdiger waren sie leider nicht. Und mit dem Euro gingen sie runter auf 2 bis 3 Prozent. Das war süßes Gift. Das war süßes Gift, da gehe ich in die Verschuldung. Der Staat, aber auch viele Griechen privat sind so in die Verschuldung gegangen. Das ging eine Zeit lang gut, das ging ja auch gut, bis die Welt 2008 aufgrund der Finanz- und Weltwirtschaftskrise zusammenbrach, was ja alleine ihren Referat wert wäre, sein habe ich jetzt nicht, wenn wir es in der Diskussion noch mal ansprechen, da brach aber dieses Schuldner- gläubiger Verhältnis zusammen. die Lösung dafür ist, und eine andere gibt es nicht, keine ehrliche Lösung. Jetzt kann ich natürlich, was man macht, Kredite prolongieren, ja, da weiß jeder, wo das hinführt, er schützt temporär noch den Gläubiger und der Schuldner wird am Ende fürchterlich hingerichtet, vorher noch gefoltert. Das nützt niemandem. Ich muss einfach, wie das auch in der Ökonomie auf einzelwirtschaftlicher Ebene jeder Insolvenzverwalter macht, wenn der in einem Unternehmen an Bord kommt, ja, was macht der? Der macht einen Kapitalschnitt, nichts anderes macht der. Und guckt, ob er noch einen neuen Investor findet, um das Unternehmen vielleicht noch am Markt zu halten. Auch das muss man hier machen. Ein Kapitalschnitt, ein Vermögensschnitt. Der ist ja einmal in Griechenland gemacht worden mit 110 Milliarden, da habe ich damals schon Aufsätze geschrieben, das wird nicht reichen. Genauso ist es gekommen. Nur das heißt natürlich, dass die Gläubiger verlieren. Die müssen das bezahlen. Das ist doch klar. Die Vermögende müssen das bezahlen. Das ist nun mal so. Ja, dass der Vermögende, der auch vorher sich bereichert hat, dem Schuldner jetzt eine Entlastung geben muss, sonst sterben beide. Wenn ich dem Schuldner keine Möglichkeit gebe, durch ein Vermögensschnitt, durch einen Schuldenerlass neu durchstarten zu können, ja, dann war's das. Gilt auch für jeden Privaten. Wir haben ja deshalb auch zu Recht im deutschen Insolvenzrecht, finde ich gut und richtig, auch die Möglichkeit der privaten Insolvenz. Da kamst du aus dem Schuldentum nie mehr raus, Zeit deines Lebens. Das gilt genauso für Volkswirtschaften. Das, was Draghi jetzt macht, na klar, er schützt die Reichen und Vermögenden mit seiner Geldpolitik, mit seiner expansiven Geldpolitik, aber gleichzeitig macht er auch einen Kapitalschnitt. Ich nenne das aber einen atomisierten Kapitalschnitt. Kein gezielten, der notwendig wäre. Weil den Kapitalschnitt den Draghi macht, diesen atomisierten, der trifft auch unsere Oma, Entschuldigung, mit ihren 20.000 mühselig abgesparten Geld. Klar, beim Zins von Null, nominal, aus Null Inflationsrate von 1%, dann hast du einen negativen Realzins von 1%. Das frisst dann dein Vermögen auf. Das trifft aber alle. Weil man sich politisch selbst Draghi nicht traut, ihn gezielt zu machen. Was notwendig wäre, weil ihn wirklich reichen. Aber wo ist da die Politik? Wo sind die Politiker? Ich habe noch keinen gehört, selbst die von der Linkspartei nicht, die diesen gezielten Kapitalschnitt, da müsste ihn weltweit machen. aber wir könnten ja mal in Europa mit den 28 Staaten anfangen, der diesen Kapitalschnitt fordert. Wenn der nicht kommt, dann befürchte ich das Schlimmste für alle. Dann ist die Krise nicht aufhebbar und auflösbar. Es geht nicht. Weil, ganz einfach, und da bin ich dem Kollegen Michael Hudson, US-amerikanischer Ökonom, der jetzt ein fantastisches Buch geschrieben hat, der Sektor, der übrigens der einzige Ökonom war, der 2006 die Krise vorhergesagt hat, es war wirklich der einzige, der gesagt hat, vor dem Hintergrund der aufbauenden Immobilienblase in den USA, aber auch in Europa, das Ding wird im halben Jahr hochgehen. Das ist auch so gekommen. Watzen sagt in seinem gerade vorgelegten Buch der Sektor, dem Sektor meinte das Finanzkapital, wenn man diesen Kapitalschnitt nicht macht, und zwar brutal, vor dem Hintergrund des Faktors 3,5, den wir weltweit haben. Das heißt, das weltweit zirkulierende Finanzvermögen ist 3,5 mal so groß wie die reale weltweite Produktion. gibt es keine Zukunft. Dann gibt es Krieg. Weil, es ist doch völlig klar, ein Faktor 3,5 1980 war der Faktor noch 1, ausgeglichen, 1,1. Ein Faktor 3,5 heißt, dass diejenigen, die Eigentümer dieses Finanzvermögens sind, aus der Wertschöpfung der realen Produktion, die am Ende des Tages überbleibt, 3,5 Mal mehr haben wollen. Wie soll das gehen? Ohne Krieg? Ohne Verteilungskrieg? Bitte, wie soll das gehen? Und dieser Faktor wächst von Tag zu Tag. Der stagniert nicht mal, der wächst über den Zinseszinsmechanismus, den wir alle kennen. Und das Erbärmliche daran ist, dass dieses Wachstum und diese völlig disproportionale Verteilung dieses Wachstums Menschen in die Hände spielt, die nicht mal wissen, wie Arbeit geschrieben wird. Wie wird das aber auflösen? Wo ist denn hier die Partei? Oder Parteien? Weltweit? Die diese ökonomische Pervertierung kapitalistisch immanent auch nur noch einigermaßen aussteuern wollen. Wer bitteschön soll das denn noch machen? Weil die, die das Vermögen mittlerweile akkumuliert haben, die werden davon nichts rausrücken, jedenfalls nicht freiwillig. Wir werden sie nicht tun. ums Verrecken nicht. Sie verstehen es ja auch nicht. Wir sehen, weiß ich nicht, wir sehen das, wir sehen das ja, wir stehen ja jetzt in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, und hat ja der Wahlkampf längst begonnen, die Partei in Deutschland, es traut sich ja nicht mal die Linke zu, die Partei in Deutschland, die radikale Steuererhöhung fordert, wird, obwohl am Ende des Tages damit auch nichts mehr erreichbar ist. Zenit ist längst überschritten. Aber selbst wenn wir das mal als Prämisse unterstellen, die wird vom deutschen Michel im September abgestraft und nach Hause geschickt. Das hat der letzte Bundestagswahlkampf gezeigt, wo die Grünen und auch die SPD, wir haben das seinerzeit in der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, wir haben uns die steuerpolitischen Programme natürlich wissenschaftlich angeguckt und den Befund dann gehabt, wir haben das bei uns abgeschrieben, fanden wir richtig gut, haben wir richtig gut und wie der deutsche Michel darauf reagiert hat, wissen wir auch, die Grünen haben dann am Wahlabend ihren letzten linken oder soll ich sagen Pseudolinken Trittin verloren und wie diese Partei tickt, das haben wir gerade auch beim Wahlgang der Basis gesehen, wie man da zu Spitzenkandidaten gemacht hat. Da ist doch nichts zu erwarten. Das ist doch nicht zu erwarten am politischen Bewusstsein, an Veränderungskraft, diese ökonomischen Verhältnisse, die letztlich immer ja auch die politischen determinieren, hier in eine Veränderung, einen wirklichen Paradigmenwechsel hineinzutragen. Und wie erbärmlich das mittlerweile, wie erbärmlich die politischen Verhältnisse verfallen sind, das sieht man an dem Schulz, da legt die SPD dann drei oder vier Prozentpunkte zu, weil er gesagt hat, er sei ein Europäer. Ja, das würde die Merkel auch immer sagen. Wachen wir mal ab, Schulz. Und das wird jetzt schnell kommen, wenn man nicht auffordert, mal, wie sagt man, Butterball in Fische zu geben und mit ihm mal zu sagen, was er denn wirklich will. Aber ich befürchte, das wird alles nicht mehr reichen, soll alles nicht mehr ausreichen, weil natürlich auch die Volkswirtschaft, eben da sieht man nationalistische, protektionistische Tendenzen weltweit, selbst bis in die Linke hinein, Abschaffung des Euros wird da diskutiert, ich fasse es nicht. Die das fordern, die können auch nicht von zwölf bis Mittag ökonomisch denken. Es ist so, können wir durchspielen ökonomisch, Euro abzuschaffen oder wir gehen raus und die anderen bleiben drin oder was da alles wild diskutiert wird, das ist alles Massengrab am Ende und verschlimmbessert die Situation und verbessert sie nicht. Da möchte ich nur daran erinnern, was war denn vor dem Euro? Da hatten wir einen fürchterlichen Abwertungsbewerb, der allen Ländern am Ende des Tages nur geschadet hat und am Ende endet es immer nur in Lohnkürzung über eine interne Abwertung. Das ist zweites Semester Volkswirtschaftslehre. Außerdem, wie sollen denn dann die Schulden überhaupt noch jemals zurückgezahlt werden? Die sind jetzt in Euro faktoriert. Wenn die die Lira kriegen oder das ist dann gar nichts mehr wert. Da müsste außerdem parallel sofort ein Kapitalschnitt gemacht werden. Aber den Kapitalschnitt habe ich ja gerade schon referiert, den will keiner. Es ist aber so, es ist aber so, dass immer die Gleichung gilt, Vermögen gleich Schulden. Vermögen gleich Schulden ist eine Gleichung. Und wenn ich Schulden abbauen will, in der Gleichung, dann muss ich auch Vermögen vernichten. Sonst geht das nicht. Genau wie die Gleichung immer heißt, Einkommen gleich Kosten. Ich schreibe dann in der Vorlesung im ersten Semester, schreibe ich groß an die Tafel, erste Vorlesung. Einkommen gleich Kosten, versteht keiner. Ich sage, reduzieren Sie doch jetzt in dieser Gleichung mal die Kosten. Was passiert denn da mit dem Einkommen? Und sagen die, das geht ja dann auch zurück. Ist doch richtig. Dann denken Sie mal gesamtwirtschaftlich bis zum nächsten Vorlesung drüber nach. So, und, aber, das ist gleichzeitig natürlich auch das politische Problem, dass die, die mittlerweile dieses Einkommen ihr Eigentum nennen, das nicht mehr ausrücken wollen. Wer will das auch schon? Wer will das? Das macht kein Individuum. Selbst der nur ein kleines Eigentum hat, der macht sie und unterscheidet sich nicht von einem Menschen, der ein großes Eigentum hat. So, das kann nur Politik, demokratisch legitimierte Politik, durch Gesetze, nur da muss auch in den Köpfen der Politik dieses Bewusstsein für die ökonomische Notwendigkeit vorhanden sein, aber damit haben wir gleichzeitig wieder das Problem, das ist ein immanentes politisches Problem, einer parlamentarischen Demokratie, die immer eine Parteiendemokratie ist, dass es keine neutrale Politik gibt. Parlamente sind immer mit Interessen besetzt, nämlich durch die Parteien. Das ist hier der Widerspruch, dass es keine Lösung gibt. Ich meine, widersprüchlich ist es natürlich auch, wenn ein Abhängiger die CDU, CSU wählt oder die Grünen wählt, ja, so weit muss man ja gehen, oder die SPD wählt. Ein Abhängiger kann heute nur noch die Linkspartei wählen. Ich will keinen Wahlkampf machen für die Linkspartei, ich bin unabhängiger Wissenschaftler übrigens, ich bin in keiner Partei. In die Reinginger noch besagten Gründen nicht, weil ich mir erlaube, als Wissenschaftler allen den Spiegel vorzuhalten. Dass, ja, auch hier sich dieser Niederspruch aber manifestiert, im einzelnen Individuum. Im einzelnen Individuum. Da sagt der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Landtag von NRW, ich war Sachverständiger bei der Anhörung zur Einführung der Schuldenbremse, als ich mein Referat gehalten hatte, jetzt müsste man aber hier im Saal erst mal die Fenster öffnen und müsste frische Luft reinrissen. Ja, das sagt er, so eine Unverschämtheit. Übrigens im bürgerlich im Beruf Theologe. Lebensschöpfe ohne Pfaffen. Ja, aber das zeigt, sie lachen darüber, aber das ist ganz ernst. Wenn der finanzpolitische Sprecher der Grünen so etwas sagt, dann nehme ich das ganz ernst. Erstens hat er nichts verstanden von Ökonomie, gut, das mag daran liegen, dass er Theologe ist, aber so eine Unverschämtheit und Pflegelhaftigkeit. Wenn ich dort als Sachverständiger ableite, warum es notwendig ist, dass der Staat weiter Schulden machen darf und dass die Schuldenbremse etwas Kontraproduktives ist, da erwarte ich Respekt, damit das man klar ist. Man muss ja nicht meiner Meinung sein, aber Respekt erwarte ich. So, aber das zeigt auch gleichzeitig, wo die Interessen, ja, wo die angekommen sind. Welche Interessen vertritt er denn eigentlich? Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht. Wir haben neben dem Kapitalschnitt, der politisch die Quadratur des Kreises ist, einen zweiten, ja, Paradigmenwechsel vorzunehmen. Aber ich will auch gleichzeitig sagen, auch das scheint die Quadratur des Kreises zu sein im politischen. Nämlich eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Wovon die Gewerkschaftsvorstände selbst nichts wissen wollen. Vielleicht wissen das einige im Raum, glaube ich schon, dass ich ja mit dem Kollegen Professor Masserat, wir 2013 Manifest geschrieben haben, sofortige Einführung der Einführung der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgang. Das war kurz auch in den Medien, heute spricht keiner mehr drüber, die Gewerkschaften haben den Ball nicht aufgenommen, leider nicht. Aber von dem Hintergrund des von mir Gesagten, Stichwort noch mal Massenarbeitslosigkeit, 25 Millionen Arbeitsplätze fehlen allein in der EU. In Deutschland sind es etwa 10 Milliarden Arbeitsstunden, die fehlen. Um von einer einigermaßen vollbeschäftigten Wirtschaft zu sprechen, damit das auch aufhört mit dem Prekariat, damit der verteidigungsneutrale Spielraum wieder generiert werden kann. Er wird nämlich auch deshalb nicht generiert, weil wir Massenarbeitslosigkeit haben. Wir haben das durchgerechnet, makroökonomisch. Ja, da waren wir selbst erschrocken, 2013, als wir dann bei der Durchrechnung feststellen, dass die 30-Stunden-Woche, ja, dass sie nicht ausreichend ist. Um von der Massenarbeitslosigkeit zu kommen. Ich zitiere dann immer hier ganz gerne Keynes, der in den 20er-Jahren, man muss ja jetzt sagen, des letzten Jahrhunderts schon die 15-Stunden-Woche gefordert hat und sie prognostiziert hat. Oder der große Ökonom auch und Jesuitenpater Nell Bräuning von einer 10-Stunden-Woche in den 60er-Jahren gesprochen und sie gefordert hat. Weil es ist ja auch völlig klar, dass die Produktivität uns wegläuft. Produktivität ist aber auch ein Segen, aber auch gleichzeitig die Verteilungsmasse. Ja, und da stellt sich die Frage, wem gehört die Produktivität? Ich habe einen Vortrag gehalten von Unternehmern, weil sie vom halben Jahr, da schrie der ganze Saal uns natürlich, das ist doch klar, aber nichts anderes erwartet. Aber natürlich, auch das ist wieder die Machtfrage. Wer erhält den Produktivitätszubax? Das ist doch klar, den kann ich verteilen, mehr habe ich nicht. So, und wenn ich da, wie die Gewerkschaften es leider machen, reine Lohnrunden fahren, ob jetzt Werdi wieder öffnen, die in 6% bei uns der Stahlindustrie, 4%, reine Lohnrunden, Arbeitszeitverkürzung kommt da überhaupt nicht vor. Da macht die Nahleswaller, weil wir berichtet in Berlin, machen die Gewerkschaften Arbeitszeitkongress, ja, das lief darauf hinaus, wir müssen für die Frauen die Arbeitszeiten flexibilisieren, damit ihre Kinder besser aufkommen. Da fällt es ja fast vom Stuhl. Ich habe das Mitglied von Werdi gefragt, was ihr denn dazu einfallen würde, da meinte sie, ja, wir müssen die Überstunden abbauen, das war es dann. Also auch hier ist nicht zu erwarten, nicht zu erwarten an politischem Bewusstsein und an ökonomischem Sachverstand. Wie wollen denn die Gewerkschaften jemals den verteidigungsneutralen Spielraum wiederholen, wenn uns demnächst vor dem Hintergrund, Stichwort Digitalisierung, bin ich hier jetzt gar nicht groß bemüht, die Produktivität immer mehr wegläuft und immer mehr Arbeitslosigkeit entsteht. Ich weiß doch, wie Tarifverhandlungen laufen. Die Unternehmer lachen sich kaputt, wenn die da mit ihren Forderungen 6% kommen. Land tun sowieso immer als Bettvorleger um 2,4% raus. Und dass wir jetzt eine Reallohnsteigerung haben, übrigens nicht daran, ob mal die Gewerkschaften über Nacht so stark geworden sind, sondern nicht nur sondern Draghi, weil der den Zins auf Null gebracht hat. Ausschließlich Draghi, weil damit natürlich die Realeinkommen und die Löhne steigen. So klar, keine Inflationsrate. Und also ohne die Arbeitszeitverkürzung, ohne die radikale Forderung, dass wenn die Gewerkschaften aber gar nicht mehr können, dieses Umzug, weil sie viel zu schwach sind. Die stehen so mit dem Rücken zur Wand. Die Streiks, die sie machen, diese Warnstreiks, die zahlen ja die Abhängigen selbst. Es berühren nicht einmal die Streikkassen der Gewerkschaften. Können die Gewerkschaften den WG noch mal sagen, wir rufen euch zur Wahl und ich, oder ich sage mal anders, ich hatte einen Traum. Wer die IG Metall, alle zusammen, die alle in dem DGB, die sind sich mal einig gewesen, die Vorsitzenden. Und der DGB-Vorsitzenden. Und die haben zur Pressekonferenz gerufen. Alle Vorsitzenden der Einzigerwerkschaften. Ich habe ja gesagt, ich hatte einen Traum. Und die sagen dem deutschen Volk und den Unternehmern, hört sich Schluss mit der Umverteidigung. Das spielt nicht aus. Und jetzt werdet ihr unsere geballte Macht, die wir noch haben, die werdet ihr jetzt kennenlernen. die Unternehmer verbinden. Und die Unternehmer. Wir fordern. Und setzen das auch durch, indem wir in den Streik treten. Nicht im Wadenstreik, die Kollegen, aber der Firma Willi Wurst für zwei Stunden auch vor, dann nochmal richtig dem Kapitales zu zeigen. Nein, wir rufen alle Abhängigen zur Wahlurne. Ja, zur Wahlurne. Und dann entscheiden die über Streit, unbefristet. was passiert denn dann, Leute? Nein, sie werden es nicht machen, weil sie es gar nicht können, weil sie dies gar nicht finanzieren können. Das zeigt aber, wie am Ende sie sind. Das sind große Gefahren für das Ganze. Und da müssten sie erstens fordern, Arbeitszeitverkürzung, zweitens, Arbeitszeitverkürzung und drittens, Arbeitszeitverkürzung und nichts und nichts anderes. Dass ihr in Bayern noch einigermaßen an den Arbeitswerken noch Rosen gebettet seid, ich lade auch alle mal ein, in Europa zu kommen. Da könnt ihr mal Solidarität üben. Wir haben da eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 20 Prozent. Realität. Und nicht nur da. Mit einem totalen Verfall. Und Infrastruktur von allem. Und dann geht Bayern daher und reicht Verfassungsklage ein. Gehen Finanzausgleich. Wie sagt ihr, in Bayern voll Deibel? Ja, voll Deibel. Also, das heißt, wir kriegen ja hier nicht mal im eigenen Land Solidarität hin. Wie wollen wir denn bei der EU28 die hinkriegen? Das ist ja gerade gelöst worden mit dem Finanzausgleich mit den 9,8 Milliarden, die Schäuble jetzt aus einer Schatulle packt. Da griff in Nordrhein-Westfalen übrigens 1,3 Milliarden von ab 2020. Ja, aber ich sage euch allen, das ist für NRW, da leben 17 Millionen Menschen, das ist das bevölkerungsreichste Land auf engstem Raum. Ja, das ist für uns in Nordrhein-Westfalen Tropfen auf dem heißen Stein wäre nicht, das würde nicht reichen. Absolut nicht. Das ist auch nur kurzfristige Befriedung. Also, die Verteilungsfrage runtergebrochen auf das Verhältnis von Lohn- und Arbeitszeit, auch die wird nicht gestellt. Selbst von den Gewerkschaftsspitzen nicht mehr. Die Politik kann sich da fein zurücklegen, weil sie sagen, wir haben Tarif-Economie, Verfassung, Artikel 9, Absatz 3, Grundgesetz, haben wir nichts mit zu tun, machen die sogenannten Tarifpartner, die regeln das, es sei denn, der Staat stellt die Arbeitsplätze und ist Unternehmer oder in den Verwaltungen, dann sitzen wir mit am Tarifversch wie jetzt die Auseinandersetzung und die Tariferhöhung der Länder, wo übrigens Hessen ja auch ausgeschert ist als Bundesland der Tarifgemeinschaft nicht mehr angehört. Also da ist auch nichts zu erwarten. Ich sehe da jedenfalls keinen Paradigmenwechsel, dass wir da zu einer Veränderung kommen. Dann abschließend, letzter Punkt, bevor wir dann in die Diskussion gerne gehen können. Auch mein Lieblingsthema Demokratisierung der Wirtschaft, aber ich würde den Befund auch gleich vorweg nehmen. in der Quadratur des Kreises wird nicht mal diskutiert, wird nicht mal im Ansatz diskutiert, auch in den Gewerkschaften nicht. Eine Ausnahme mache ich da, Verdi hat zumindest da einen Ansatz gemacht. Ich war auch in der Arbeitsgruppe zwei Jahre unter Leitung von Franziska dabei. Verdi hat ja auch ein Papier gemacht dazu, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, immerhin ein Anfang, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die anderen der Werkschaften ähnliches gemacht haben. und im Politischen, ja, wieder nur die Linksparteien, die sich damit intellektuell, wissenschaftlich auseinandersetzt. Rosa Luxemburg macht jetzt, glaube ich, in Berlin noch demnächst dazu eine dreitägige Tagung, Wirtschaftsdemokratie, aber ansonsten im politischen Raum null. nicht mal, es wird nicht mal seriös diskutiert. Nicht mal seriös diskutiert. Und wenn wir es nicht schaffen, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, auf der einzelwirtschaftlichen Ebene, das Diktat des Kapitals aufzubrechen, das ja heute über die Investitionsfunktion und Kapitalismus schon immer verstanden hat, der die Eigentümer der Maschinen bestimmen, wo es lang geht. Die sagen, wann, wo und wie investiert wird. Wenn das nicht aufgebrochen wird, dann nützt mir übrigens auch die Lohnfunktion nichts. Vielleicht temporär. Da empfehle ich bei Keynes nachzulesen, der Krug der Witwe, der unerschöpflich ist. Die Unternehmer, die können so viel prassen, wie sie wollen, im Gegenteil, die müssen jeden Tag besonders viel Champagner trinken, umso mehr umso besser, und die müssen investieren, damit ihr Profit immer größer. Das ist der Krug, der unerschöpflich ist, wie der Krug, der Witwe ist. Das gilt aber nicht für die Lohnfunktion, leider nicht. Wenn nämlich die Abhängigen aus ihrem Lohn, aus ihrem Arbeitsentgelt sparen, dann hängen sie sich am nächsten Baum noch selbst auf. Weil dann fährt Nachfrage aus. Und fährt Nachfrage aus. Durch ihr Sparen, also üben die abhängigen Konsumverzicht, hängen sich die abhängigen Kapitalisten selbst auf. Die Kapitalisten machen, da gilt diese Gesetzmäßigkeit nicht. Weil sie auch viel zu wenige sind. Ihr Kapitalisten Konsum in Relation zum Massen Konsum ist ein Friedenschiss. Aber das Entscheidende ist die Investitionsfunktion. Wenn sie da in einen Investitions Attentismus übergehen, dann hängen sie alle auf. Und wer hat das Sagen über die Investitionsfunktion? Nur der Unternehmen, nur die Shareholder, nur die Eigentümer. Das haben wir in Witter, also in spektakulären Fällen erfahren, wie bei uns in Bochum, Nokia, da seien die über Nacht, diese Fabrik hier in Bochum, 1500 Beschäftigte, die machen wir zu. Wir gehen nach Rumänien. Weil wir haben hier mal in die Bücher geguckt, da stellen wir eine Profitrate fest von 15% hier in Bochum, die ist für uns unerträglich. Wir kriegen in Rumänien eine von 30. Also machen wir in Bochum eine Desinvestition und gehen nach Rumänien. Sonst noch eine Frage? Ja, können die daran rechtlich gehindert werden? Können die daran rechtlich gehindert werden? Nein, können sie nicht. Verfassungsrechtlich garantiert durch zwei Artikel 14 und 12 12 wird über uns immer vergessen. 12 ist Berufsfreiheit, da leitet jeder Verfassungsrecht an die unternehmerische Freiheit auf. Ich habe zu viele Einigungsstellen Verfahren mitgemacht auf der Mitbestimmungsseite, wo mir dann der Einigungsstellen Vorsitzende, das sind ja zu 100% Arbeitsrichter, sagt der Montruch, oh schön, dass wir mal einen Professor unter uns haben. Auch noch ein Ökonomie Professor. Aber das eine sage ich Ihnen, Herr Einigungsstelle nicht darüber, ob die Tausend entlassen werden. Nein, das tun wir nicht. Wir reden in dieser Einigungsstelle nur darüber, wie die entlassen werden. Weil, ob die entlassen werden, das bestimmt ausschließlich der Unternehmer verfassungsmäßig, Herr Wontrup, ist das leider geschützt und Sie erwarten nicht von mir als Richter, dass ich gegen die Verfassung verstoße. Ja, so ist das. Das ist die bittere Realität und wenn wir diese Erich Preiser, der hier großer Ökonom, Nachkriegsökonom, der hier in München an der Uni lange gelehrt hat, der hat es ja mit diesem wunderbaren Begriff, das ist das Investitionsmonopol des Kapitals, damit hat er alles gesagt, was zu sagen ist. Wer darüber verfügt, der hat betriebswirtschaftlich, auf der Einzelwirtschaft die Nebene das sagen. Wenn das nicht aufknacken, ja, dann müssen wir über alles andere auch nicht reden. Du kannst ja dann auch im Überbau die beste Wirtschaftspolitik machen. Wenn du das da drunter nicht aufknackst, dieses Investitionsmonopol, wir machen dir trotzdem nichts. Du kannst dir den größten Investitionsanreiz wirtschaftspolitisch geben. Wollen sie sich umsetzen, was machst du denn dann? Kannst sie zwingen? Nein, kannst du leider nicht. Kannst sie einen Unternehmer zwingen, hier jemanden einzustellen? Nein, kannst du leider nicht. Der große Ökonomen, Professor Dr. Dr. Karl Schiller, Herr Minister SPD, der hat mal gesagt, im Kapitalismus können wir die Pferde leider nur zu Tränke führen. Mit Politik. Saufen müssen sie schon selbst. und wenn sie das saufend verweigern? So wie jetzt. Ja, dann haben wir Krise. So wie jetzt. Schönes Schlusswort. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie herzlich bitten, die Formen der Demokratisierung etwas auszuführen, weil wenn man sie ernst nimmt, müssen wir also erstens die Kapitalmacht brechen, das Ausbeutungsverhältnis überwinden. Das finde ich alles sehr wichtig und das Stichwort Wirtschaftsdemokratie, wenn Sie das etwas ausführen würden, das kann meist abends ja nur eine neue Form von gesellschaftliches Planen sein, es müssen sehr beherzte Eingritte sein und ich würde da gerne meine Vorstellung hat etwas schulen, wenn Sie das bitte etwas ausführen, weil wir sind ja gestern auch auf dem Stand des Denkens gewesen, dass wir das Ausbeutungsverhältnis auch die gesamte Wertschöpfungskette betreffend überwinden müssen, also auch ganzheitlich an die Welt denken, wo wir immer auch alles externalisieren, so wie das gestern. Die Frage könnte man vielleicht ergänzen zum Thema Externalisierung, wir haben ja ein bisschen Exportweltmeister, da ist sozusagen der Faktor der Externalisierung kann das auch im Kontext des Stabilisierungsgesetzes von 67, das ja auf dem magischen Viereck beruht, kann das dabei etwas bewirken, es wird uns immer erklärt, es ist quasi auch eine Quadratur des Kreises mit diesem magischen Viereck und es würde nicht funktionieren, ich bezweifle das vehement, man könnte das sehr wohl ausgleichen, das ist zumindest eine These, vielleicht können Sie dazu beantworten, das ist ein tagesführendes Programm, das zu beantworten, also Wirtschaftsdemokratie, ich habe dazu ja einiges veröffentlicht, ein ganz dickes Buch geschrieben, Arbeit, Kapital und Staat, Plädoyer für eine demokratisierte Wirtschaft, gibt es sogar zu brauchen, aber schön, das kann ich jetzt hier nicht beantworten, dann sitzen wir heute Abend noch, ich will aber trotzdem ein paar Stichworte dazu sagen, Wirtschaftsdemokratie verlangt drei Klang, Makroebene, Mesoebene, Mikroebene, das ist erstmal ganz wichtig, und die sind interdependent, also wechselseitig verknüpft, das was ich zum Schluss ausgeführt habe, war nun die Mikroebene, auch natürlich auf der Mesoebene, auf der Marktebene auch mehr Plan, mehr staatliche Aussteuerung, auch Aussteuerung von Wettbewerb, Kontrolle von Wettbewerb, bis in die Tarifpolitik hinein, wo dann natürlich auch wiederum die Lohnfrage und die Arbeitszeitfrage eine ganz große Rolle spielen, und darüber die Makroebene, also die große Wirtschaftspolitik, die man heute sicherlich nur noch europäisch machen kann, also klassisch Geld und Fiskalpolitik. Darunter leidet ja auch Europa heute, dass wir hier eine Dichotomie fahren, also ein trenntes System fahren, von Geldpolitik und Fiskalpolitik, Geldpolitik fahren wir expansiv durch Draghi, Fiskalpolitik machen wir Austritt der Inspolitik. Das ist eigentlich nur noch ein Fall für die Pathologen. Ja, was soll denn Entschuldigung, da mal rauskommen Vernünftiges. Keyes hat immer gesagt, expansive Geldpolitik in der Krise, natürlich muss der Zins nach unten gebracht werden, aber dann muss ich das auch mit einer expansiven Fiskalpolitik begleiten. Und Fiskalpolitik hat immer drei Elemente. Erstens Steuerpolitik, alleine das wäre jetzt ein abendfüllendes Programm, zweitens Staatsausgabenpolitik und drittens Staatsverschuldungspolitik. Das ist Fiskalpolitik. Und da versagt die politische Klasse in Europa auf der ganzen Linie. Exporte, ja, habe ich ja ausgeführt. Wir, ich sage das hier nochmal in aller Deutlichkeit, wir leben auf Kosten, wenn ich das jetzt nun mal auf die EU beschränke, natürlich der Welt, aber ich beschränke das mal auf die EU, wir leben mit unseren Exportüberschüssen, auf Kosten der anderen Länder in der EU. Wir exportieren Arbeitslosigkeit und haben selbst noch Massenarbeitslosigkeit und ein gigantisches, aufgebautes Prekariat im Land. Das zeigt den erbärmlichen Zustand, den erbärmlichen Zustand des Ganzen. Und wir Deutsche sind nicht bereit, oder man könnte es anders wenden, ich mag mir Deutschland, politisch gesprochen jetzt, nicht vorstellen, wir hätten die Arbeitslosenzahlen der Südeuropäer. Dann möchte ich mal sehen, was hier in diesem Land politisch los wäre. Wie da die Bundestagswahl im September ausgehen würde. Aber wie kommen wir da raus? Viele sagen ja, wir müssten die Löhne erhöhen, massiv erhöhen, damit wir mehr konsumieren, also mehr Wachstum, mehr Wachstum bekommen. Wenn wir mehr Wachstum bekommen, müssten wir auch auf Basis des Importmultiplikators, den gibt es natürlich genauso wie den Exportmultiplikator, würden wir mehr importieren und würden damit den Außenbeitrag sozusagen senken. Ja, da kann man einen Effekt erwarten, aber der wird das Problem nicht lösen. Der wird das Problem deshalb nicht lösen, weil dieses Lohndifferential zu schwach sein wird, um das, das müsste man ja überkompensieren, was da draußen die anderen Länder von uns an Waren haben wollen und auch andere Länder benötigen. Ja, die Griechen brauchen deutsche Maschinen, die sie selbst nicht produzieren können oder nicht haben. Autos, pharmazeutische Mittel. Deutschland ist als größte Volkswirtschaft etwa 25% des BIPs EU-weit, kommt alleine aus Deutschland so groß und so mächtig, auch aufgrund der Produktpalette so groß und so mächtig, dass dieser Exportüberschuss dabei rauskommt, völlig unabhängig von den Terms of Trades, also von den Preis-Reis-Relationen, Preis-Mengen-Relationen, die natürlich hier auch immer eine Rolle spielen. Die brauchen einfach unsere Mütter. Wenn das aber so ist, dann kann man da ja mit umgehen, indem man dann aber zumindestens eine Solidarität greifen lässt und das geht dann nur über Transfers. Dass wir dann in anderen Ländern in einer anderen Art und Weise auch helfen, aus ihrer Situation, aus ihrer schlechteren ökonomischen Situation herauszukommen. Das geht aber nicht, was wir machen, indem wir sie über eine Austeritätspolitik brutal zu Elendsökonomien machen. Was letztlich auch wiederum wie ein Bummerang auf uns negativ zurückkommt. Was nützt es uns denn, wenn wir die Griechen zu einer Elendsökonomie gemacht haben, können die jetzt wieder bei uns viel kaufen? B, die Unternehmen sagen, da verkaufen wir nichts mehr hin. In Griechenland können keine Operationen in den Krankenhäusern ausgeführt werden, weil die nicht mehr mit Verbandsmaterial oder irgendwelchen Pillen oder Spritzen, die wir hier produzieren in Deutschland, beliefert werden, weil die deutschen Firmen sagen, tja, dieser erbärmliche Schuldner, der ist nicht mehr kreditwürdig. Da liefern wir nichts mehr hin. Was man, bitte richtig verstehen, aus einzelwirtschaftlicher Sicht, ja, aus einzelwirtschaftlicher Sicht voll verstehen kann. Das kann ein Unternehmen auch nicht. Unternehmen kann nicht mehr an einen Schuldner, der jetzt schon Schuldner ist und seine Schuld nicht begleicht, seine Verbindlichkeit, nicht mehr beliefern. Das ist, das ist völlig klar. Aber das, bitteschön, ist das Ergebnis, ja, das ist das Ergebnis dieser völlig falschen Wirtschaftspolitik. Und wenn ich die nicht verändere, ja, dann kann ich auf einzelwirtschaftlicher, auf betriebswirtschaftlicher Ebene gar nichts verändern. Bitte kommen Sie doch noch mal zu der Veränderung. Genau. Ja, ich habe ja gesagt, wir können nur über Solidarität, auch über eine Vergemeinschaftung von Schulden, was kann man zum Beispiel über Eurobonds machen, sagen viele, linke Ökonomen, letztlich werden Sie am Ende des Tages aber auch nicht helfen, aber Sie schaffen zumindestens Linderung und geben dem Schuldner eine Möglichkeit, durch diese Linderung sich vielleicht zu stabilisieren. Ich glaube daran allerdings nicht, viele in meiner Gruppe Atatio Hütter glauben daran, ich bin da radikaler, das habe ich glaube ich ausgeführt, weil ich sage, es hilft nur der Kapitalschnitt. Natürlich kann man übermeist, aber es ist hier ein Satz so, das ist natürlich eine Frage, dann wieder der Politik, kann ich das politisch umsetzen, wir schaffen es ja nicht einmal Eurobonds umzusetzen. Und Kapitalschnitt habe ich ausgeführt, sind wir politisch nicht derart, werden. Gerade da würde meine Frage ansetzen, nämlich nach der politischen Durchsetzbarkeit eines Kapitalschnitts, Es wurde hier ja sehr dezidiert behauptet, dass eben aufgrund der Abneigung derer, die vom jetzigen System profitieren, nämlich der Eigentümer des Kapitals und letztlich der paar Herren des weltweiten Finanzkapitals, so etwas nicht durchsetzbar sein würden und die Politik das weder wollen könne, noch überhaupt durchsetzen könne gegen deren Widerstand. Ich frage mich aber, ob das so stich, seit ungefähr drei Jahren hat die Boston Consulting Group jetzt nicht unbedingt ein linker Think Tank, sondern gerade der Think Tank, der Herr des Finanzkapitals gefordert, eine Vermögensabgabe in Höhe von ungefähr 30 Prozent, eben weil die Wirtschaft, wenn sie so weiterlaufen würde, eben notwendigerweise gegen die Band fahren würde. Der Internationale Währungsfonds hat am Beispiel Griechenland ganz klar gemacht, dass es eigentlich unsinnig sei, weiter Kredite ohne entsprechend großen Schuldenschnitt dazu verleihen. Ich frage mich also, ob nicht von Seiten eben genau der Herren des Finanzkapitals im Prinzip die Bereitschaft und da werden und das gewartet wird darauf, dass die internationale Staatengemeinschaft nun halt die Rolle des ideellen Gesamtkapitalisten, wenn ich es mal so formulieren darf, einnimmt, um eben das System zu retten durch einen großen Kapitalstieg. Oder an die Freude ist ja das europäische Hymne. Da steht, und das wird leider ausgelassen, schon bei Schiller, unser Schuldbuch sei vernichtet. Also, warum machen wir das nicht? Diese 3,5 fachen Geld, dieser Faktor 3,5, der beruht doch nur darauf, dass in irgendwelchen Büchern was steht. Das ist also nicht weiter schwierig, allerdings in den Computern kann man das auch leicht löschen. Staatsverschuldung, bei wem hat der Staat denn die Schulden? Doch er kann doch nur bei seinen reichen Bürgern diese Schulden haben. Deshalb halte ich das Wort schon für unsinnig. Der Staat hat nichts zu verschulden, sondern er hat das Geld zu schaffen, das Geld zu schöpfen. Und das ist jetzt meine Frage, warum sind Sie darauf gar nicht gekommen oder warum haben Sie davon nicht gesprochen? Es muss die Geldschöpfung in staatliche Hand wiederkommen. Das ist der Punkt, wenn sich der Staat aus privater Geldschöpfung bedient, dann verschuldet er sich vollkommen unwöhnlich. Die WF und Boston und den bin ich sehr dankbar. Lagarde, die ja auch da für dies fordert. Ja, aber das bestätigt ja nur meine These, das sind eben nicht die Geldmächtigen, das sind nicht die Eigentümer. Die fordern das zwar als multinationale Organisation, auch hier Boston Consulting Gesellschaft, aber das sind ja nicht die Eigentümer, die Shareholder, denen das gehört. So, und die sind die entscheidenden Personen. Die sagen, und sie sagen, und sie sehen ja auch, dass sich selbst ein IWF, so könnte man es ja jetzt auch drehen, dass die so ohnmächtig, dass der IWF so ohnmächtig, im Grunde sehr neoliberal, so ohnmächtig ist, das durchzusetzen, was rational, wie ich ausgeführt habe, ökonomisch, völlig in Ordnung geht. Das stützt ja meine These und spricht nicht gegen meine These. Ja, Staatsverschuldung habe ich ja ausgeführt. Also, ich bin ein großer Freund der Staatsverschuldung, weil es gar nicht anders geht. Da bin ich Kindianer. Aber wenn sie sagen, Buchgeld, ja, das war ein bisschen niedlich. Also, mein Kontostand, wenn ich den auch nur als Buchgeld sehe, der beruhigt bekommen würde von der Bank, Herr Montrup, ihr Buchgeld, ihr Kontostand ist nicht mal 5 Millionen, sondern nur noch 4 Millionen. Ja, dann könnte ich auch weiter eine warme Suppe jeden Tag essen. Aber dann wären die Millionen weg. So, dann hätte ich große Störgefühle. So, das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt, was ich ja auch ausgeführt habe, dass eben die Geldmächtigen, die ja in den letzten 30 Jahren diesen Faktor 3,5 für sich aufgebaut haben, ja, dass die den nicht mehr hergeben wollen. Weiser Mann hat mir mal gesagt, Abzug verträgt kein Hund. Ja, so ist das. Und die Staats... Geldschöpfung. Ja, Geldschöpfung machen wir ja zur Zeit wie verrückt. Was war mit dem Hund? Abzug verträgt kein Hund. Ja, so, das machen wir ja an die Gelder. Der Draghi macht ja nichts anderes. Der Punkt ja, was das Zeug hält, erhöht die Geldmenge. Dass es keine inflationären Wirkungen hat, in ökonomischen Lehrbüchern sagen, wir müssen längst eine Inflationsrate zweistellig haben. Die haben sie doch bei den Grundstücken. Ja, genau, lassen Sie mich eben zu erinnern, die haben wir bei einzelnen Vermögensbietern. Die haben wir aber nicht. Wir Ökonomen messen ja die Inflationsrate über einen großen Warenkorb, da ist alles mögliche drin. Dann kennen wir Ökonomen noch die Kerninflationsrate, da rechnen wir den Dollar, also den Ölpreis rechnen wir dann noch aus. und der ist dann gerade wieder ein bisschen angezogen, dann haben wir nach wie vor eine Deflation, die hochgradig gefährlich ist. So, aber auf der anderen Seite, das ist ja auch kein Widerspruch, haben wir bei einzelnen Vermögensgütern, wir haben auch an den Börsen ja, ja, die Inflation, so, und auch auf einzelne Vermögensgüter, weil die Vermögende natürlich da drauf gehen müssen. Sie brauchen ja eine Anlage. Das war ja auch der Punkt, wo wir noch mal Erinnerung, 90er Jahre, sechs schwere Finanzkrisen, eigentlich schon, Mexiko-Krise, Russland-Krise, Brasilien-Krise, Asien-Krise, ja, das waren sozusagen die Vorhöfe der ersten größeren Eruption, des ersten Vokalausbrückes 2000, Zusammenbruch der sogenannten New Economy, ja, wo man was gemacht hat. Da haben die Vermögende gesagt, 2000 schon, übrigens, alle waren so am Zocken, ich kann mich noch erinnern, du konntest ja in keine Kneipe mehr gehen, ja, hast du schon gekauft, ja, hab schon gemacht, ja, muss abstoßen. Nachmittags trafen sich die Frauen zum Kaffee und an die spielte Börse, also alles, alles war völlig durchgeknallt und glaubte, man könnte an der Börse reich werden. So, das war ja so, das war ja so die Stimmung auch in der Bevölkerung, unerträglich. So, dann schmiert das Ding ab, was ökonomisch eine Trivialität ist, das schmiert immer ab, weil das einfach Blasen sind, die sich aufbauen und die erreichen ihren Peak und dann war's das. So, was haben die Reichen da aber, und Amerika war insbesondere damals betroffen, was haben die Reichen den Politikern da gesagt? 2000 schon. Da haben die Reichen die Vermögen den Politikern gesagt, wagt es jetzt nicht, die Krise gegen unser Vermögen zu buchen. Wir zahlen dafür nicht. Wir sagen euch jetzt, was ihr machen müsst. Ihr holt den alten Keynes wieder aus der Gruft, auch wenn ihr euch ekelt, nützt jetzt alles nichts, müssen wir durch und werdet das alles aufs Konto Staatsverschuldung buchen. Pump Geld in die Wirtschaft über Staatsaufträge, damit uns hier der Kessel nicht ganz um die Ohren fliegt. Und das hat zwei Vorteile. Erstens natürlich für uns. Wir verlieren unser Vermögen. Und da ihr Staat kein Geld habt, um zu pumpen, geben wir euch das Geld, das ihr uns hiermit nicht nehmt. Und dafür zahlt ihr uns aber Zinsen, damit wir, nachdem die Krise überwunden ist, reicher geworden sind. Dann habt ihr Staaten leider euer Konto Staatsverschuldung überzogen, das schießt dann durch die Decke. Das hat für euch Politiker aber den wunderbaren Vorteil, dann könnt ihr den doofen Völkern erzählen, wir müssen jetzt alle in Büßergewand gehen, weil wir eine Staatsschuldenkrise haben. Und könnt eure Sozialraushalte zusammen streichen. Habt ihr das verstanden? So wollen wir das bitte machen. Dann geht los und setzt es um. So, dann brauchen wir aber gleichzeitig, haben die Vermögenden gesagt, ein neues Anlagengut. Weil wir haben ja nichts verloren, wohin denn mit dem Geld? Das ist ja immer noch da, der Faktor 3,5. Dann lasst uns doch mal auf ein bestimmtes Gut gehen, was können wir denn den doofen Völkern jetzt gut verkaufen? Immobilien gehen immer. Jeden Amerikaner sein klein Häuschen, alles auf Kredit. Dazu noch ein schönes Auto, auch auf Kredit. Und man braucht noch einen schönen Bildungskredit für die Kinder, auch auf Kredit. Dann haben die Kredite rausgepowert, was das Zeug nur hält. Heute wissen wir das ja alles. So, und das war doch völlig klar, auch den Banken, dem Bankster, wie Husserl sie ja mal genannt hat, war völlig klar, dass das nur temporär helfen wird. Und dann stehen natürlich die Preise, Immobilienpreise, Bauwirtschaft profitieren, realwirtschaftlich auch, muss ja gebaut werden auch, realwirtschaftlich, kommen auch da in der Bauwirtschaft durchaus, gibt es Arbeitsplatzeffekte positive. So, aber dann baut sich solche Blase auf, über diese Preise. Auch über Aktien. Ja, da werden die Werte steigen dann. So, bis dann alle da drauf gehen, weil sie alle profitieren wollen. Und dann hat das sogar noch einen Effekt, dass der Schuldner der Elende, dass man dem noch zusätzliche Schulden anbietet. Dann kriegt er von seinem Kredit, von seiner Bank einen Anruf nach zwei Jahren, nachdem er sich verschuldet hat und ein Haus gebaut hat und eine Eigentumswohnung gekauft hat. Wissen Sie was, sie brauchen nochmal 50.000 oder 50.000 Dollar Kredit. Dann hat er gesagt, aber ich bin mittlerweile arbeitslos. Ihre Wohnung, die Sie haben, wo eine Schuld drauf liegt von 200.000 Dollar, die ist mittlerweile 350.000 wert. Wir geben Ihnen doch sofort 100.000, wenn Sie das haben wollen. Machen Sie doch mal was Schönes aus Ihrem Leben. Ja, das ist, Leute, das genauso primitiv war es. Das ist so gemacht worden. So, und dann ist das so sicher wie das, wie sagt man, wie das Abend in der Kirche. Irgendwann ist der Pik da. Der Pik war da irgendwie im Juni war es in Arizona 2007, eine kleine Hypothekenbank, völlig unbedeutend, meldete Insolvenz an. Das war für die Profis, die natürlich im System drin sind, genau wie die Amateure, das Signal, der Pik ist da, wir gehen raus. Die setzen sich dann auf die Bahamas an, ab, und liegen am Strand und lachen sich über die Amateure kaputt. So, und dann war allerdings diesmal, und das war dann der richtige Rokanausbruch, wie Sie wissen, weil sie hatten so viel Toxisches in ihren Bilanzen gebunkert, sie waren zahlungsunfähig, Banken zahlungsunfähig, ja, das war in Deutschland nicht nur die Commerzbank, wie ja auch da verstaatlich werden muss, so die Ripple ein Domino-Effekt ein, dann gilt wirklich zu big to fake, das ist dann so, so, und wenn dann da nicht geholfen wird, und es schlägt ja sozusagen, dann schlägt die Finanzsphäre schlecht in die reale Ökonomie, also in die produzierende und handelnde Ökonomie hinein, dann hören die Unternehmen sofort auf mit Investitionen, die Menschen konsumieren nicht mehr, Arbeitslosigkeit entsteht, die Kapazitäten sind nicht ausgelastet, in Deutschland sind zwei heftige Konjunkturprogramme aufgelegt worden, ja, da hat man dem deutschen Michel gesagt, wenn du ein Schrottauto hast oder ein rostiges, fahr damit zur Schrottpresse, lass dir 2.500 Euro auszahlen, Autobahn zwar noch 5.000 Markwert wert, hat er trotzdem eingetauscht, so, das ist alles, das ist alles natürlich dann aufs Konto Staatsverschuldung verbucht worden, überall schoss die Staatsverschuldung durch die Decke, wir selbst in Deutschland, ich sage das immer wieder, wir sind potent, aber der relative Schuldenstand stieg auf 80, gut 80%, ja, so, von 60 auf 80%, aber überall, ja, und die Griechen, um das nochmal auch hier mit reinzuholen, ja, schwache, reale Volkswirtschaften haben das nicht verkraftet, so, das ist Exitus, das war's, so, aber das, das ist der Mechanismus, der dahinter steht, weil sie, und das, das macht mir auch Angst, ja, weil, die erkennen da schon, ja, aber sie suchen, sie suchen sozusagen immer wieder nach dem Ventil, dass sie eben von ihrem Vermögen, das sie einmal akkumuliert haben, nichts mehr hergehen müssen, das sollen die anderen bezahlen, und die Staatsschuld ist da natürlich immer ein Ventil, natürlich ist sie das, ich mache mir da auch keine großen Sorgen, wir haben die Staatsschuld in Deutschland schon wieder abgebaut worden, 70% irgendwo in der Größenordnung, muss ich mir da Sorgen machen? Nein, muss ich nicht, aber Schäuble offensichtlich, der macht sich Sorgen, der erzielt im letzten Jahr einen Finanzierungsüberschuss von 19 Milliarden, und steckt das in die Tilgung, was passiert denn da kreislaufmäßig dann? Da gibt es den Vermögenden zurück, ja, da gibt es den Vermögenden zurück, jetzt haben die dann 19 Milliarden mehr, und sagen, ich verflucht nochmal, ich will das doch gar nicht haben, ich habe doch schon so viel davon, ich weiß doch jetzt schon nicht, wohin damit. Bei wem ist denn damit geholfen? Anstatt die 19 Milliarden zu wissen, diesen Überschuss zu nehmen, dann müsst ihr sicher mal 1 Euro zusätzlich Staatsverschuldung machen, und diese 19 Milliarden, ich lade ihn ein, zu uns ins Rundgebiet zu kommen, da zeige ich eben dann auch die Infrastruktur, ja, da werden diese 19 Milliarden nur einen Tropfen auf den Stein, und da einigermaßen Schulen zu renovieren, und die Straßen, ja, das hätte Wachstumseffekte, das würde die örtliche Wirtschaft, die Handwerkerbetriebe, und so weiter, na, macht er aber nicht. So, weil sie dem Wahn verfallen sind, der trägt ja die, diese schwarze Null wie so eine Monstranz vor sich her, ja, und faselt dummes Zeug dieser Jurist, ja, die nächsten Generationen können wir mit diesen Schulen nicht belasten, also so ein Bullshit habe ich als Ökonom aber noch nie gehört. Wenn wir heute investieren, ja, dann tun wir was für die nächste Generation, wenn wir heute nicht investieren, dann strafen wir die nächste Generation ab, und außerdem habe ich mal gelernt, wir vererben ja auch nicht nur die Schulen, weil die Gleichung gilt, Schulden gleich Vermögen, da wird auf den Cent genau auch das Vermögen vererbt, Herr Schäuble, erstes Semester. Warum hört er nicht auf Sie? Wir hätten vorhin und dann als nächstes nehmen wir sie an, weil er andere Interessen verfolgt, weil er der Anwalt des Kapitals ist. Es schäupt gerade nur einen Auftrag, den Auftrag, die Vermögende zu schützen, deshalb ist der Finanzminister und deshalb sitzt der im Bundestag. Oder welcher Partei gehört der an? Den Sie? Wir vererben aber unter anderem auch Atombilder, weil darauf verliert es nicht hinaus, sondern wir hatten ja gestern den Vortrag von Professor Wesselig gehört, der über die Externalisierungsgesellschaft geredet hat und da ich gleich eine Frage stellen will, nur noch einen Hinweis, weil es mir um eine grundsätzliche Alternative geht und die ist auch formuliert worden, unter anderem von Sarah Zarker und Dr. Bruno Kern in einer Broschüre die man als PDF sich aus den Maps holen kann, die hat den schönen Titel Ökosozialismus oder Barbarei und jetzt mal eine Frage, weil wir es ja auch mit der Veranstaltung mit dem Titel Sackgasse Rechts hier heute zu tun haben, du hast ja bestimmt dich mit dem ökonomischen Teil des Wahlprogramms der AfD beschäftigt, könntest du bitte mal skizzieren, was denn da für schöne Thesen drinstehen, weil ich würde denken, das haben noch nicht allzu viele Leute hier im Saal wirklich ernsthaft gemacht. Ja, ich wollte mal allgemein zu dem Grundeinkommen fragen, wie sie dazu steht. Dankeschön, eine kurze Begründung. Danke. Sie sagten ja, dass der Grund, oder noch, ist ein großer Grundwiderspruch, Wähler eigentlich, dass auf der einen Seite Kapitalbesitzer immer reicher werden, dass wir die Macht haben, auch zu bestimmen, was in der Politik passiert und deswegen ja eigentlich alles, was sie an Ideen haben, nicht umgesetzt wird. Und da fällt mir eigentlich die Perspektive. Muss die Perspektive nicht sein. Sie sagten auch Kapitalschnitt, Kapitalschnitt, für mich als Kapitalschnitt, quasi die Kapitalbesitzer zu enteignen und sozusagen alle Betriebe, die es gibt, zum Beispiel als Genossenschaften zu organisieren, dass der Widerspruch zwischen den Investoren oder den Kapitaleignern und den Beschäftigten aufgehoben wird. Diesen Widerspruch müssen wir doch lösen und erst dann kriegen wir den Rest dieser Sachen, wo es viele gute Vorschläge gab, eigentlich geklärt. Ich finde, es ist schon relativ leicht, auch die Gewerkschaften immer zu schimpfen. Das können wir eigentlich alle ganz gut, weil wir unzufrieden sind. Aber wir müssen natürlich auch die Problematik sehen, wer ist denn in den Gewerkschaften? Ich will mal fragen, wer von mir in der Gewerkschaft ist. Das ist die eine. Ja, super. Und die Frage ist aber, wie viele von denen sind aktiv in der Gewerkschaft? Ja, deutlich weniger. Und jetzt muss man mal die Frage stellen, wie viel trauen sich zum Beispiel Leiharbeiter in Betrieb zu sagen oder in der Gewerkschaft. Und wenn die Gewerkschaft ihren Traum jetzt realisieren würde und würde zum Generalstreik aufrufen, dann müsste man mal schauen, wer würde denn da jetzt kommen. Ich habe jetzt ein bisschen die Vermutung, dass zum Beispiel die Kernarbeiterschaft von Daimler, die jetzt extra nochmal 4.500 Euro zugeschoben getriegt haben vom Unternehmen, dass die sich eben nicht in diesen Streit begeben würden. Und das ist das Problem. Wie kriegen wir eine stärkere Verständnis dafür, dass mehr aktiv werden müssen und dass sie begreifen müssen, wo der Konflikt überhaupt liegt. Und da sind wir, finde ich, noch ein bisschen weit weg und da müssen wir noch sehr viel tun. Ich bin seit 35 Jahren Mitglied der IG Metall. Das ist kein werkschaftsbeschimpften, sondern das ist wissenschaftliche Analyse. So, und in den Gewerkschaftsvorständen, das wird auch mal so getan, das sind ja nicht nur Gutmenschen. Oder das sind die einzigen Gutmenschen. So, und man muss auch Kritikfähigkeit an den Tag legen, gerade wenn man Vorstandsmitglied in einer Gewerkschaft ist und sich selbst auch fragen, ob die Richtung, ob die noch stimmt. So, und sie stimmt nicht, aus meiner Sicht, das sage ich als Wissenschaftler und auch als IG Metallmitglied, da muss ein anderer Zuschlag, da muss ein anderes Denken her. Ja, dass das schwierig ist, ist ja klar. Und dass da bestimmte, ja, Industrie-Stammarbeitsplätze, die gerade in der Automobilindustrie, da können wir Volkswagen ja auch zitieren, dieser Skandalkonzern, ja, dass eine IG Metall im Aufsichtsrat mitbeschließt, dass Herr Winterkorn, ja, 3100 Euro Rente am Tag bekommt, ja. Das macht ein Aufsichtsrat, der beschließt das und kein anderer. So, aber da muss man das, aber da muss man sich auch mal der Kritik stellen, ja, sonst verliert man nämlich noch mehr Mitglieder. Da kann ich nur verwahren. So, bedingungsloses Grundeinkommen, davon halte ich gar nichts, weil das ist Wolkungs-Kuckucksheim und ich habe, das kann man einfach marxistisch erklären, deshalb lehne ich marxistisch das Grundeinkommen ab, ich habe was dagegen, wenn Menschen andere für sich arbeiten lassen. Das machen schon die Kapitalisten mit den abhängig Beschäftigten, da brauchen wir nicht noch andere dafür, die das über das Grundeinkommen dann auch machen. Ja, das Parteiprogramm der AfD, ja, natürlich habe ich mir das angeguckt, da kann ich nur sagen, Stefan Hebel lesen von der Frankfurter Rundschau, der es wirklich dezidiert und ausführlich gemacht hat, ich würde es auch einen Punkt bringen, weil wir gucken schon alle Mittagspause, ja, das Programm ist neoliberaler als die Forderung der FDP. So, so kann man es auf den Punkt bringen, aber verbunden natürlich mit einem Nationalismus, ja, mit einem Rechtsnationalismus, der erschreckend ist. So, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. So, und deshalb wundert es ja auch, dass so viele Arbeiter und Prekarisierte diese Partei, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, die jetzt im Mai wählen werden, die liegen da mittlerweile bei zwölf Prozent, da wird mir Graus und Bange und im Bundestag ist nur noch die Frage, ob die die da einstellig oder zweistellig reinziehen oder einziehen werden und da wird, wird die Wählerschaft aus der Arbeiterschaft und aus dem Prekarisierten kommen, aus dem Externalisierten, da kommen die her. Da bringt man sich doch nur noch einen Kopf. Zu welchem Befund muss ich denn da kommen? Haben die keinen Kopf? Oder sollte ich sagen, haben die den Kopf nur, um sich die Haare schneiden zu lassen? Ja, im Grunde genommen ist es das. Ja, aber dann schließt sich wieder der Kreis zu meinen Ausführungen zu Beginn? Nein, die Menschen haben Angst. Die haben Angst und gucken nach unten und suchen da ihr Heil. Sie werden es aber leider da nicht finden, sondern sie werden da im Ergebnis, weil es denn alles so kommen sollte, brutal, brutal abgestraft werden. Ein Punkt noch, ja, die Wortmeldung, das habe ich aber eigentlich beantwortet, ich will es aber nur noch mal dezidiert jetzt dann auch noch mal zum Abschluss sagen, wenn die Abhängigen nicht in die Kapitalfunktion reinkommen, dann bleiben sie, wie Oskar von der Bräuning gesagt hat, in seinem wunderbaren Buch kann ich übrigens allen nur empfehlen, das zu lesen aus dem Jahr 1960, Kapitalismus und gerechter Lohn, dann werden die Abhängigen Zeitlebens habe nicht zu bleiben. So, das ist ein schlimmer Befund, ich weiß, für die abhängig Beschäftigten und deshalb ist es notwendig. Und Oskar von der Bräuning hat das in den 60er Jahren schon geschrieben und gefordert, ich habe das noch mal in meinen, in meinen Büchern noch mal aufgenommen, noch mal in Erinnerung gerufen. Deshalb muss die Gewerkschaft auch nicht nur Lohnforderungen, mehr Lohnforderungen stellen, die sie dann sowieso nicht erreichen werden, unter Berücksien, wie alle empirischen Befunde zeigen, unter der Lassen die abhängig Beschäftigten am Kapital beteiligt werden. Nur dann gilt auch der Krug der Witwe, den Keynes so wunderbar beschrieben hat, auch für die abhängig Beschäftigten. Auch dann können sie am Ende des Tages Champagner wieder trinken. Sonst nicht. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.